Ich will einfach nicht mehr der Böse sein. Denk ich ja nicht mit deinem Programm an, Ralf. Du willst doch nicht einen auf Turbo machen, oder? Turbo? Nein, ich mach doch nicht einen auf Turbo. Kommt schon, Leute. Wieso? Nur weil ich einen Freund will? Oder eine Medaille? Oder auch mal ein Stück Torte? Macht man auf Turbo, wenn man mehr von seinem Leben will? Ralf, wir verstehen das doch. Aber wir können nicht ändern, wer wir sind. Und je eher du das akzeptierst, desto besser ist es für dein Spiel und dein Leben. Ja, das ist ja zurecht. Denk lieber von Spiel zu Spiel. Schließen wir mit der Bösewicht-Affirmation. Ich bin böse. Und das ist gut. Ich werde niemals gut sein. Und das ist gar nicht schlimm. Es gibt keinen Reaktiver, der möchte als ich. Ich bin böse. Und das ist ja zurecht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020